So, herzlich willkommen zurück zu Extermination Day oder Call of Doom Extermination Day oder warum macht es eigentlich mehr Sinn? Extermination Day slash Call of Doom oder Call of Doom Day? Extermination Call of Doom Day? Call Extermination... nein Call of Extermination Day Doom. Oh nein, kaffee. Du hast keineubschrauben, ich glaube sie ist okay, ich muss jetzt wirklich nicht mehr in die Türe machen... ich muss mich wirklich darüber Gedanken machen, wie ich denn die folgen auch benenne? Okay, egal, will ich erstmal weiter. Ein bisschen überdenktheit habe ich ja noch. Okay, der zweite war jetzt ein bisschen Verschwendung, jetzt aber egal. ich bin voll der ficker hier okay brauchen wir noch gar nicht oh das ging besucht wow alles ruhig soweit heute schießt der warum obwohl überall in welcher hoch echt mit diesem fester um stehen denn noch alle ist eine weile hier eine der guten waffen gut dann musst du leider trotzdem leider irgendwann dann weg bei der wahl macht keinen sinn wir können ja immer wieder wo tun wir hier doch mal also auch so machen wir mal ein Ding abgucken und wir gehen erstmal direkt weiter ähm genau oh mein Gott Scheiße, das hab ich vergessen da war ja was das Ding geht ja im Kreis äh, okay also das kannst du nochmal bitte nicht schießen das war ja jetzt wieder typisch, Ronny so, die Waffe will ich nicht haben hab ich schon gesagt, weg damit die braucht keine Sau äh, so alles noch Sachen, die wir bereits haben gut so, jetzt aufpassen ne, hier nicht wieder irgendwas hochjagen was gefällig sein könnte und weil das gar nicht geht na scheiße müssen wir das machen wir müssen es doch direkt hochjagen aber dann, ähm lass das das weiter suchen ach jetzt nicht, oder was? würdest du mich verarschen? Monster oder wie gesagt wird doch kommt was ist mit nicht wird 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 ist wird wird 사진 wird ist z r oh mein Gott da hinten schießen die auf mich so gehen wir weiter das war doch eine saubere Aktion ach so siehst du diese Revenant müsste mittlerweile frei sein dann schalten wir den gleich mal aus bevor er uns ausschaltet oder rennt er schon ja soviel zu dem Thema bevor er uns ausschaltet dann sieht er uns direkt um die Ecke das ist doch gar nicht so jetzt wieder nicht unsere schöne Schotter Munition auf der Verschwendung ich muss mal gucken die ganzen Tasten habe ich ja letztes Mal überarbeitet gehabt aber ich habe sie mittlerweile wieder alle vergessen Klamour Min ach so Punkt, Komma und so weiter und so fort oh ok genau Medikit war M und alles andere ist denn Ö und Ä was hier englisch ist Tastatur Layout natürlich und Komma und Punkt sind denn die beiden Exklusiv Sachen ok das macht irgendwie Sinn haben wir schon C4 nein haben wir nicht aber wir haben Klamour Medikit brauchen wir gerade nicht ok dann weiter im Text Ornitur Mama der Mann mit dem Blei ist da ja mein Junge das spüre ich ja nee okay dann j vor 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 いや schöne und der schocker gefunden doch da haben wir euch ja auch mal gesäubert machen wir die direkt weiter können wir auswachen machen so wie wir nehmen mal lieber die Okay. So. Konnichiwa Treffen möchte mal gelernt sein, hier was los? Oh, eine Kiste, äh, ein Fass, mein ich doch. Ach komm, ach komm jetzt. Das ist ja peinlich, ist das ja. Wer macht hier so einen Unsinn? Ich sehe nichts mehr. Den habe ich gerade nicht kommen sehen. Interessant. Ja, das ist, das war, ne, ach von hier war das der, okay, ne, der da hier war, ist der der hier jetzt liegt. Das ist halt das Problem, immer wenn man denkt, man kennt den Map bereits auswendig, und man sich dadurch zur falsche Sicherheit wiegt, ah, könnte tödlich werden. Ja, deswegen immer gucken, wo man, was, ne, auch wenn man denkt, dass, was ist denn hier los? Ach so, das ist der Bereich, wo die ganzen Monster spawnen. Also, nein, also, das ist der Bereich, wo durch mich die Monster hören und dann in die Map spawnen. Gut, der alte Doom-Tap, äh, Doom-Map-Technik. So, das Hälfte kann ich jetzt ein bisschen wieder auf Gegner bekannt, äh, gefasst machen wir nicht doch. So, na, was ist denn? Ja, das war ja bei sowas von absolut schlecht. Oh, endlich mal ne gute Waffe hier. Hier kann ja die Waffe gleich weg, oder? Oh, ich hab ihn mal. Ich hab ihn mal. Schäge ihm an den. Ach. 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 Willst du nicht noch mehr kommen? Da findet ihr auch immer nichts Lied. Aua. 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 So. Ja komm. Das war vielleicht ein bisschen überstürzt. Nicht rum, schiebt diese Fässer. Okay. So. Ich hätte gerne mal die richtige, die richtig gute Spruchskritte. Was war denn hier gerade? Achso, das war die hier. Oder haben wir die schon? Ne, wir haben bisher nur dieses Dreckteil hier. Die Lämste von allen. Ah ja, vielleicht nehmen wir die gute Spruchskritte. Wäre schon geil. Die ist total... Na ja. Ich mag die auf jeden Fall nicht. Wir haben hier übertreten. Willentlich natürlich. Von daher. Ich glaube ich damit jetzt nicht anfangen. Ne. Das macht nichts Sinn. Ja. 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 Jetzt geht's zum sprachigen Teil. Wollen wir das mal mit ein paar Granaten klären. Oder... Gut. Zuerst müssen wir sowieso mit dem Insta fertig werden. Nehme ich dann das Spruchskritte. Ja doch. Na komm. Hiiii. Ansonsten... Ich mach dann Aufnahmen. Alles gut. Schicksalach. Autsch. Okay. Äh. Das war grad viel zu früh. Aber trotzdem war's gut. Ich muss mich besser konzentrieren hier. So. Na komm. Das ist nicht gut. Aua. Aua. Ah. Geht. Ist ganz in Ordnung. So. Irgendwelche guten Waffen mit dabei. Jaaa. Nein. Das ist die nicht. Ne. Dachte grad. Aber. Nein. Das ist er nicht. Nö. Hier ist die schon mal nicht mit dabei. Hier liegen immer so viele Waffen rum. aber nicht das was man braucht. Das ist dezent deprimierend. Aber okay. Okay. Oder ist das doch die und ich bin grad nur total dämlich und blöd und oberhaften Kacke. Doch das ist die doch. Ich bin doch bescheuert, Alter. Ich bin doch bescheuert. Ja. Okay. Das ist die. Ich dachte grad, die hat einen anderen Schaft. Aber ich hab die Waffe grad mit. Ähm. Ich hab grad Ausschau nach der Waffe gehalten. Aber eben. Das ist ja die, die ich bereits in der Hand habe. Ja. Naja. Was soll's. Nicht weiter schlimm. Ich hab's ja zum Glück noch gemerkt. Rechtzeitig. Äh. So. Gut. Würden wir sagen, dann haben wir soweit alles. Ähm. Wir könnten nochmal gucken. Medikit. Also auf jeden Fall mal eins benutzen. Und dann nochmal gucken, ob wir irgendwo eins finden. Umliegenderweise. Bevor wir hier die Gelegenheit verstreichen lassen. Aber ich glaub mal. Nö. Okay. Gut. Dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge, ne? Ohja, Gang. Das tut mir Spaß. Frühstück. Heigung. yang peEnjin. Ah. interesting and instagram. Then i can. i can. ir